Tim will noch ein bisschen über Social Media Apps sich aufregen. Ja, also es ist wie folgt, mir ist so aufgefallen, jetzt mit Clubhouse halt, dass die ganze Zeit der Nachrichten ist, dass alle jetzt versuchen quasi ihr eigenes Clubhouse nachzubauen in den großen Apps, also Twitter ist ja quasi gerade dabei, das so ein bisschen zu machen und auch Twitter implementiert ja auch Onlyfans quasi und irgendwie alle versuchen, alles abzudecken, so. Das ist aber ein harter Vergleich. Naja, nee. Du wirst hier schon abgeschossen. Was meinst du? Mit dem Onlyfans. Naja, sie haben ja quasi dieses, dass man für Tweets, Quatsch, dass man für Content zahlen kann, für so Premium-Content. Ist richtig, ist richtig, aber ich glaube also. Ja, das ist safe für 100 Prozent, natürlich. Aber ich glaube, dass es da um das geht und dass es bei Onlyfans geht, glaube ich. 100 Prozent. Aber gut. 99 Prozent. Also es gibt natürlich auch, also es ist ja quasi wie, äh, wie was haben wir nochmal, äh, hier nicht auf Patreon, so. Also natürlich auch in die Richtung, so. Aber das wird eine Milliarde Prozent, wird das auch auf Onlyfans-Content hinauslaufen, das kannst du aber wissen, so. Ähm. Du kannst aber das, was die Leute draus machen. Ja gut, okay. Was die Leute draus machen, weil der Unterschied. Man muss ja, man muss ja Onlyfans nicht so, man kann ja Onlyfans auch anders nutzen, also. Natürlich. Ich weiß ja nicht, wie, wie das Marketing von denen da hingekommen ist. Also der ist ja in Ordnung. Aber genau. Wenn die Leute Onlyfans nutzen wollen, um da Nuts zu verkaufen, dann ja, so be it. So, dann machen, wenn dafür jemand zahlt. Das erlaubt es vor allem. So sollen sie machen. Ähm. Aber was ich halt krass finde, ist, dass halt alle probieren quasi allen, sich quasi dieses, was Instagram oder was für Facebook bekannt ist, quasi sich alles von allen anderen abzuschauen und abzubauen. So. Ähm. Und da hab ich dann nur so drüber nachgedacht, dass auch mittlerweile ja quasi Instagram eigentlich nur noch, oder zumindest in meiner Filterbubble so, viel nur noch, wie Snapchat eigentlich genutzt wird. Weil man macht nur noch diese Storys so und diesen Feed-Content, den macht man eigentlich gar nicht mehr so häufig. Außer man hat halt irgendwie legitime Gründe, weil irgendwie man halt wirklich ein ein Bild einfach noch posten will. Aber also extrem viel ist einfach so dieses, man macht eigentlich nur noch so Storys und guckt von Leuten die Storys durch. Und die Feed-Posts sind nur so, ja gut, keine Ahnung. Ähm. Interessiert mich auch nicht, weil man blickt ja auch nicht so 100% durch. Hab ich das jetzt schon gesehen? Oder auch nicht. Manchmal wird ja auch einfach so was zwischengeschoben. Ähm. Und das fand ich nur, fand ich nur krass, gerade mit Clubhouse jetzt, weil äh, alle so auf diesen, diesen Audio-Zweig jetzt oder auf diesen Audio-Hype jetzt auch aufspringen wollen. Das, äh, fand ich nur interessant. Ähm. Und ich finde eigentlich, dass es gar nicht so geil ist, weil es macht's ja, also ich will ja, wenn ich quasi bei Instagram reingehe, will ich, oh gut, da haben sie halt Glück gehabt, da will ich jetzt quasi Storys sehen, so. Aber da, ich will jetzt nicht Reels da gucken müssen. Also TikTok quasi auch noch drin haben. Ähm. Oder, keine Ahnung, noch schlimmer, Instagram-TV irgendwie, zwei Minuten Videos oder so, die eigentlich nur ein YouTube-Video sind, wo man dann versucht hat, möglichst treffend, äh, das 9 zu 16 rauszuschneiden. Ähm. Dass man irgendwie so ein bisschen was mitbekommt. Äh, genauso wie YouTube irgendwie. Dann hast du bei YouTube, hast du ja auch diese Storys mittlerweile, oder so Updates, äh, Community-Updates und so. Ey, diese Storys sind so belastend, weil dann, du, du bist quasi in den Apps, musst du dich auch anders manövrieren, damit du kommst aus diesen Storys nicht raus, indem du runterwischst, wie bei Instagram oder so, oder zur Seite, sondern du musst oben auf den, auf den Dings drücken, auf diesen Zurückfeil und so. Und da, da hab ich schon gar keine Lust mehr dann, äh, äh, YouTube-Storys zu benutzen. Ähm. Und das kann, also es kann funktionieren, wenn du halt wirklich eiskalt Features klaust, die irgendwie in deiner App Sinn machen, so, wie halt, äh, Snapchat und Instagram. Die halt einfach abzurippen und dann am Ende benutzen alle nur noch, ja, Instagram als Snapchat. Aber, äh, quasi jetzt überall auch noch Audio-Features drauf zu tackern, weiß ich nicht. Finde ich, äh, finde ich questionable. Ähm. Ähm, aber gut, Twitter, dass sie quasi sowas Patreon-mäßiges einbauen, ist ja ganz nett. Ähm, vielleicht auch eine Möglichkeit für die endlich mal Kohle zu verdienen, wenn sie sich dann quasi davon, die bekannten 15, nur noch 15 Prozent nehmen oder so, was weiß ich, oder 10 Prozent. Ähm, ähm, ja, ja, aber findet ihr das auch, dass das quasi eigentlich, alle versuchen, alles zu machen, aber ich will das gar nicht. Ich hab ja, ich hab die Apps, quasi, die die Sachen gut machen, Instagram, äh, äh, YouTube und Twitter quasi für Updates, YouTube für Videos und, äh, Instagram, keine Ahnung, für halt nur, nur so kurze Stories und nicht für TikTok-Content und Video-Content und, keine Ahnung, Audio-Content demnächst oder so. Ich glaub, der wirklich treibende Keil ist gewesen, dass das, also das, hast du ja selber gesagt, dieses Paradebeispiel, als es funktioniert hat, war, dass Instagram sich die Stories unter den Nagel gerissen hat, ne, und ich glaube, das hat viele einfach zu diesem Kopieren-Ding so, ähm, ermutigt, ähm, dass sie das, dass sie gar nicht anders können und jetzt jeder einfach, und am Ende ist es so, und das, das ist ja bei Instagram auch so gewesen, man könnte jetzt ja auch sagen, äh, ist schon scheiße, was die gemacht haben, äh, äh, Snapchat so ein bisschen den Rang abzulaufen, das muss man halt jetzt wieder einordnen können dann, aber, ich, ich sag dann so, ganz ehrlich, am Ende gewinnt der Bessere, also, der, der das halt am besten macht, so, ne, und Instagram hat halt gefühlt 90% ihrer Kapazität in dieses Stories-Thema gesteckt, nachdem das so ein bisschen funktioniert hat, und ich weiß auch noch ganz genau, ja, was ist das denn, ja, also nicht, dass ich Snapchat nicht kannte oder so, aber ich hab's da schon, ich hab's bei Snapchat schon nicht verstanden, weil's einfach nicht mehr meine Generation war, also ich hab so dieses Stories-Verteilen an Leute schicken, und dann schickst du 20 Leuten irgendwie eine Story, und dann, das war, wie es funktioniert, hab ich verstanden, aber den Sinn hab ich nicht verstanden, und, ähm, äh, und dann, dann kam das halt bei Instagram, und ich dachte mir, was ist jetzt, äh, das ist jetzt Quatsch, und ich meine, wie du gesagt hast, es geht ja weiter, es gibt sogar Stories bei Netflix, also, ähm, so, wo du dann so einen Trailer siehst, halt, in diesem Story-Format, und hast oben diese, 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 diese Profilbilder, quasi mit den, ähm, mit den, äh, na, wie heißt das, mit den Plakaten, mit den Bildern von den, von den Filmen, und, wie gesagt, ich denke, am Ende gewinnt der, der Bessere, der das am besten umsetzt, und der damit am meisten zieht, es hätte ja auch sein können, dass es bei Instagram nicht funktioniert, ne, also, so, und dann wäre Snapchat weiter, aber die haben ja da echt schon zu tun gehabt, und, was das ganze Thema angeht, und, äh, ich finde es auch nicht gut, also, vor allem hört es sich dann immer relativ schnell komisch an, wenn du dann hörst, okay, äh, Twitter macht jetzt irgendwie Spaces oder so, und, äh, äh, will auch so Audio machen, klar, wahrscheinlich sagen die jetzt am Ende, ja, wir arbeiten aber schon seit drei Jahren da dran, oder so, dass man ihnen das nicht irgendwie nachreden kann, kommt halt jetzt zufällig gerade dann raus, als Clubhouse große, äh, groß war, ähm, ich finde es auch gut, dass, also, man sagt ja immer so schön, Schuster bleibt bei den Lesen, ne, also, mach das, was du am besten kannst, und fang nicht an irgendwie, noch 30 andere Sachen zu machen, ich finde es bei YouTube auch ganz schrecklich, mit diesen Storys und diesen Community-Beiträgen, äh, ist wirklich, wirklich was, was sie lassen können, ich finde auch, Instagram braucht Reels nicht, ja, äh, brauchst wirklich für meinen Geschmack überhaupt nicht, also, bin ich, hab ich, hab ich aber nichts von, aber das ist wirklich nur meine Meinung. Ja, ich habe nämlich gerade ja auch drüber nachgedacht, ich nutze Reels eigentlich auch nie, so, aber beispielsweise habe ich dann gedacht, meine Freundin, die guckt sich eigentlich nur Reels an, weil da sind dann irgendwelche süßen, äh, keine Ahnung, süßen, äh, Katzen-Videos, Hunde-Videos, Vogel-Videos, was weiß ich, und die scrollt quasi ihre Reels einfach so durch, wie halt TikTok, so, und zieht sich da halt den ganzen, den ganzen, ja, süßen Content rein, ähm, äh, da hätten wir folgenden Namen, den ganzen süßen Content, ja, ähm, da wäre es jetzt der süße Content, das machen wir auch, also es ist halt, keine Ahnung, es ist schwierig, ähm, aber aus meiner Sicht hätte das nicht gebraucht, wenn ich mir jetzt angucke, wie andere Leute das nutzen, vielleicht ist es auch, nutzen andere Leute das halt auch ganz anders so, und ich glaube, also dieses, dieses Reels-Format, passt wahrscheinlich auch irgendwie schon zu Instagram, weil es halt wie, ist wie, ähm, Stories von irgendwelchen anderen Leuten, und da halt quasi lustige Videos von irgendwelchen anderen Leuten so, und was ja in dieses, okay, ich gucke mir Stories von, von Leuten, an denen ich folge, halt so reinpasst, ähm, dass man halt diese, diese, ja, im Prinzip der, das Gleiche ist ja, dass es kurze Videos sind, ähm, die du dir kurz angucken kannst, ähm, wo du was erfährst, entweder über Leute, die dich interessieren, oder süße Katzenvideos oder so, ähm, aber, ja, das, also YouTube-Stories, WhatsApp-Stories, so, kann ich nicht verstehen. Also es ist echt krass, dass Instagram immer wieder als Knotenpunkt irgendwie so auftritt, also Instagram als wirklich zentrale App, die ja irgendwie alles sich zieht, ähm, aber da muss ich halt auch so sagen, dass Instagram das einfach auch verdammt gut umsetzt, so, ähm, und, ja, Reels kann man, kann man jetzt denken, was man will irgendwie, ich, also muss Instagram meinetwegen auch nicht haben, aber ich hab sehr, also erfahrungsgemäß so mitbekommen, dass es echt nochmal irgendwie andere Leute erreicht, ähm, nochmal, nochmal mehr Leute, und nochmal aus ganz anderen Regionen, kreisen, warum auch immer das so ist, weiß ich nicht, äh, so hab ich das jetzt mit meinen Reels so erfahren, ähm, und ich find, das Format, wie das eingebaut ist, wie das da implementiert ist, und alles find ich eigentlich echt gut gemacht, so, aber zum Beispiel, Stories bei WhatsApp, hab ich mir, glaub ich, noch nie angeguckt, oder, nie, ist auch übertrieben, aber einmal im, in zwei Monaten guck ich da einmal rein, und andere nutzen das wieder jeden Tag, und gucken sich nur das an, und Instagram, okay, die haben dann wahrscheinlich meistens gar kein Instagram-Profil, wenn ich an meine Mutter denke zum Beispiel, ähm, aber die gucken sich natürlich die WhatsApp-Stories ohne Ende an, ähm, oder Status, wie das da heißt, ähm, aber bei YouTube zum Beispiel, da ist, da ist für mich auch schon für den Kopf einfach, und für das ganze Handhaben dieser, dieser App, oder dieses Formats, einfach nur Video angesagt, so, und mehr nicht, ähm, was, ähm, also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, zum Beispiel, dass TikTok auf einmal Beiträge macht, so, das wäre ja genau so, und das, das passt ja einfach nicht dazu, ne, aber ich, also, ich finde es, ich finde es ganz gut, wenn sich eine App auf eine Funktion konzentriert, aber, man muss halt bei Instagram sagen, dass die verschiedene Funktionen echt gut miteinander zusammenbauen, ähm, die dann auch irgendwie wieder Sinn machen, und, da ist dann irgendwie, glaube ich, jeder anders, was die Zielgruppe angeht, ähm, so wie, wie Tim sagt hier mit seiner Freundin, so, dass sie, ähm, immer, das, die, die Reels durchscrollt, andere gucken sich, Content war das Wort übrigens, was du gerade gesagt hast, ja, genau, danke, ähm, und andere aber wieder echt, sich viele Beiträge angucken, so wie ich zum Beispiel, also ich, ich gucke mir, Storys und Beiträge bei Instagram, glaube ich, gleichermaßen an, äh, andere wiederum gucken sich nur Storys durch, und denen interessieren Beiträge so gar nicht, ne, also, das ist wirklich so, so krass, ähm, personabhängig wahrscheinlich, und die wollen also gerade Instagram irgendwie alles bedienen, ne, und wenn andere dann da merken, ey, die anderen haben irgendwie da Erfolg mit, können wir das irgendwie auch bei uns irgendwie einbauen oder so, und da doch wieder noch was anderes, einen Mehrwert, äh, bieten, aber why not, ja, aber, irgendwann wird es so unübersichtlich, ne, Facebook war ja so, also Facebook ist ja so ein Beispiel dafür, finde ich, die ja, ähm, gibt es ja auch Storys, ja, gibt es, klar, auf jeden Fall, ja, zum Beispiel, aber bei Facebook ist ja, ist es ja so, dass, bei denen ja das große Problem war, auf mobil zu gehen, so, klar war Facebook irgendwie die erste App, die irgendwie jeder hatte, aber da ging es ja nur um das Nachrichten schreiben, so ein bisschen, weiß ich nicht genau, ähm, aber die haben das ja, also von, von der Web-Applikation auf diese ganze mobile, und dann die ganzen Funktionen damit reinzubauen, ich glaube, Facebook ist zu früh auf falsche Funktionen gegangen, kann man das so sagen, ähm, so mit, mit dieser ganzen Business-Geschichte und auch, ähm, dieses Verkaufen-Ding, also fand ich ganz weird irgendwie bei, bei Facebook, ist ja immer noch so, ähm, und dadurch wurde es irgendwann viel zu viel, viel zu überladen, viel zu viel Information, dadurch, dass auch jedes Spiel irgendwie, ähm, damit verknüpft wurde, und, 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 ähm, war das irgendwann so unübersichtlich, dass da, dass die sich da irgendwie übernommen haben, was die Übersicht angeht, und die Funktionen oder sowas, ähm, klar wird es immer wieder Leute geben und immer, äh, die irgendwie alles nutzen oder genau die spezielle Funktion auch nutzen und dann irgendwie sich darüber ärgern, wenn es nicht mehr geben würde, obwohl unser einer wahrscheinlich noch nie davon gehört hat oder so, ähm, aber das kann halt so oder so sein, ne, so, total blöd gesagt, aber das ist so, so, ich weiß nicht, bei Instagram finde ich es halt gut, dass die, dass die wirklich viele Funktionen haben und dass auch diese Funktionen haben, bei anderen Apps wiederum überhaupt nicht. Das ist das Komische, das, also, das geht die ganze Zeit darum, dass es eigentlich blöd ist bei, bei allen, wenn alle was machen, was der andere gemacht hat, äh, das irgendwo nachmacht, aber irgendwie, und da nehme ich uns drei jetzt mal nicht weg, äh, nicht raus, Instagram verteidigen wir trotzdem so ein bisschen, auch wenn es da nur darum geht, ja, Reels sind ja doch eigentlich ganz cool, weil ich sehe, dass da Leute was angucken und so, ähm, ist halt am Ende des Tages trotzdem geklaut und am Ende siehst du halt auch nur, äh, TikTok-Content, der da läuft, weil du das TikTok-Logo die ganze Zeit siehst, also, ich hab selten einen Reel gesehen, wenn ich mir mal einen angeguckt hab, der wirklich richtig bei Instagram gemacht wurde, ähm, war dann einfach nur von TikTok mit rübergenommen, aber, ich, äh, ja, und, äh, ich weiß nicht, also vielleicht, scheinbar ist es so, dass die Toleranz Instagram gegenüber wirklich anders ist, ja, und, äh, was das angeht, so, und, ähm, vielleicht aber auch ein bisschen, weil Instagram damit vielleicht auch nicht auf die Nerven geht, so doll, also, wenn ich keine Reels sehen will, bin ich, dann seh ich ja keine, also, ich muss ja keine, ich muss ja keine haben, ja, bei, bei, bei YouTube, wenn ich quasi durch die Startseite scrolle, das geht nicht weg, ja, also, das wird mir nicht, ich hab da keinen extra Tab oder so, wo ich mir die Community-Beiträge oder die Storys angucken kann, sondern, es nervt mich ja nicht, ich muss mir ja auch keine Story bei Instagram angucken, ich muss ja da oben einfach nicht draufklicken, also, äh, es wird, wird mir tatsächlich mehr oder weniger noch überlassen, ich glaube so, das ist das so ein bisschen das Ding. Bei Instagram schleichen sich die neuen Funktionen immer so ein, finde ich. So, das ist auf einmal da und man kriegt's gar nicht mit, die haben dann nur einmal oben ihre, ihre eigene Story, wo sie was Neues zeigen, hier, neu, neu bei Instagram oder so steht dann da, das kann man sich einmal angucken und dann ist es gut und da wird dann nix großartig mitgemacht, wenn man's dann bei anderen sieht, dann schwappt es so ein bisschen auf einen selbst über, ähm, aber wenn man ja zum Beispiel keine, keine Reels gemacht hat, dann hat man ja den Reiter in seinem Profil auch gar nicht oder wird mal, wird mit irgendwas genervter, was du schon sagtest, ne, also man hat den selber nicht und andere Leute haben den, in deinem Profil, dann sieht man den natürlich auch nicht. Also erst wenn du eins erstellst, kommt dann da was. Ähm, was, was die Sache ja trotzdem, wenn du dich als Content-Typ so auf eine, ähm, auf einen Output jetzt nur beiträglich, konzentrierst, ist es auch okay dann trotzdem, ne, und, und man sieht nicht so überfüllt aus, so. Genau, das hat ja auch keiner, noch nie einer beredet oder einer mitbekommen, diese, ah, wie heißt denn das? Man kann bei Instagram ja so ne, so ne, so ne, so ne, so ne Charts machen, na, wie heißt denn das? Ist euch das mal aufgefallen? Habt ihr das mal gesehen? Dann muss ich selber mal nachgucken. Weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Das hab ich einmal gemacht, wo es rausgekommen ist und hab nie mehr was dazu gelesen. Ähm, das nennt sich, äh, Guides, Instagram Guides, Instagram Guides, kennt ihr die? Ne. Da hab ich ein Guide mal erstellt, das ist wie so ne, naja, wie so ein Fahrplan oder wie so ein, wie so ein Plan, den man macht oder ein Beitrag, also eigentlich wie so ein Zeitungsbeitrag, kann man sich so vorstellen. Ähm, äh, kann man bei Instagram machen. Kann man, und dann können Leute sich angucken, wenn du über ein Thema reden willst, wo du mehr Informationen drunter bauen willst und ein paar mehr Bilder in einen bestimmten, äh, äh, bestimmt look nicht, aber in so ein bestimmtes Layout, dann kann man Instagram Guides erstellen. Ähm, und das ging zum Beispiel total unter. Gibt's noch, aber macht keiner. Weiß nicht, ob sie es vielleicht irgendwann mal wieder rausnehmen, kann ich mir nicht vorstellen, aber, ähm, ich weiß gar nicht, ob man überhaupt neue machen, doch, Guide, ganz unten, klar, wenn man, wenn man auf seinem Profil ist, dann oben auf das Plus und dann ganz unten steht Guide. Ähm, habe ich noch nie davon geredet, wo das auch immer herkommt, weiß ich nicht. Tatsächlich, ja, geil. Sieht ein bisschen nach Facebook-Beitrag aus. Viele Orte in deiner Stadt und Umgebung, Produkte, empfiehle deine Lieblingsprodukte, Beiträge, empfiehle Beiträge, die du erstellst, oder gespeichert hast. Krass. Ach, aber da sind wir wieder an dem Punkt, ist gut, dass sie mir damit nicht auf die Nerven gehen, ne, also, wenn ich es nicht brauche, die Funktion, dann muss ich mir auch nicht angucken, so, da wird es mir auch nicht, äh, quasi aufgedrängt, ja, und, äh, ich, wie gesagt, also, vielleicht auch, um das ein bisschen abzuschließen, äh, kann man alles finden, wie man will. Ich würde okay finden, zum Beispiel, um das auf die Grundaussage nochmal zurückzukommen, wenn irgendwer ein gutes Clubhouse machen würde, also einen guten Clubhouse-Abschlag, äh, wie sagt man, Abschlag nicht, äh, Ableger, so, äh, machen würde, irgendwie, also weil, äh, Abklatsch, genau, das war das eigentliche Wort. Ähm, also würde ich okay finden, wenn es einer gut macht, wenn jetzt einer es nur macht, um es zu machen, äh, ist halt Quatsch, ja, aber, ähm, so dieses Plattform zu schaffen, wo jeder sich unterhalten kann, ähm, äh, ist ja erstmal nicht verkehrt, ja, aber es muss natürlich auch alles irgendwie ordentlich sein, und vielleicht auch mit einem eigenen Anspruch an die ganze Sache noch so ein bisschen, und nicht einfach nur was zu kopieren, ähm, ja, so viel, so viel glaube ich erstmal dazu, und, äh, ja, soll grad sagen, wenn wir uns auf TikTok folgen, wenn wir uns auf TikTok folgen, haben wir glaube ich gar nicht, und daher, ach, schade, ja, an der Stelle, vielleicht, äh, machen wir ja nochmal was, oder, ihr seht den nächsten, ich hab auch gerade, ich hab auch gerade überlegt, ja doch, es gab mal ganz am Anfang einen, so kurzen Test von irgendwas, aber das hat nicht so gut funktioniert, aber Kalle, du kannst es gerne übernehmen, also, äh, ich bin, äh, voll dabei, echt, das hasse ich immer noch bei TikTok, war ja gerade der Fall, dass ich, das, nervt so dermaßen, deswegen, könnt ihr was verpassen, ja, also, ich find's so schlimm, man muss natürlich raufdrücken, oder einfach, drüber, aber, naja, okay, funktioniert halt ohne Tod nicht so gut, die Plattform, ist halt leider so, ja, meistens zumindest, naja, okay,